Ich habe gerade geholfen, Affen zu töten, ja? Oh, dürfen wir den jetzt eigentlich mal selber fahren? Weil wir durften ja bis jetzt noch nicht irgendwie mal, wie im Teil 1 halt, wo wir von A nach B fahren mussten mit den komischen kleinen, wie auch immer das Ding gerade hieß. Das haben wir jetzt noch nicht machen dürfen. Krankenhaus? Super, also da möchte ich keine Krankenschwester sein, Dankeschön. Das ist fremdenfeindlich, du, du, du. Ja, vielleicht auch besser so. Ja, aber da fragt sich doch, warum wollen sie ihn quälen? Was kann denn so ein einzelner Salarianer tun, dass die sich da so ans Bein gepisst fühlen? Ach, die willigen ihn, weil er zwei Nachkommen hat und wohingegen die meisten gar keine haben. Ich verstehe. Super, sehr sympathisch, freue ich mich ja schon drauf. Ich will den noch nicht benutzen, ich will erstmal mich im Laden umsehen. Äh, ja, von ihm vielleicht noch was? Ja, super. Okay, also im Prinzip taktisch einfach nur vorspielen. Sie sind eine riesige Armee, obwohl sie, ja, nur ein kleiner Clan sind. Ja gut, klein. Im Vergleich zu den anderen wahrscheinlich groß. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber die brauchen noch auch was zu essen, oder? Guter Alter Rex. Ja. 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 Ja, das ist, ähm, was man noch tut, man ist hier echt nicht, nee. Danke. Danke für die Information. Gute Glück da draußen mit Wehrlock und dem Blutpack, Mensch. Du brauchst es. Gib mir einen Grund. Ähm, ich meine, ich verstehe Shepherds Ansatz, dass, naja, mehr Essen halt wichtig ist, eine richtige Grundlage und so, auch für die Frauen. Aber dann wiederum, wenn sie halt nicht die Basis verteidigen, sondern stattdessen ihre Lebensmittelvorräte und sie dann überrannt werden, ja, das macht auch keinen Sinn. Ach, ich könnte sowas nicht entscheiden. Oh. Oh. Hallo? Ja, das Problem kenne ich auch. Wie ist das denn überhaupt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der hat einen witzigen Akzent. Ich kann den nicht zuordnen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie die zuzuordnen sind. Aber, ähm, gefällt mir irgendwie. Huch. Ist das hier die Krankenstation? Ich finde es auch interessant, dass die, die haben ja eigentlich eine ewig lange Lebensspanne, äh, dass die sich dann so schnell anpassen können. Huh, was ist das denn? Schlagen? Ich will ihn nicht schlagen. Ich, äh, hab ihn geschlagen. Sorry. Die sieht aber ganz schön hässlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, äh. Ja, ist sehr gut. Ja, ich bin die Putze. Ich bin nur ganz kurz hier. Hm. Ja. Das erinnert mich gerade ein bisschen an unseren Biotikgott. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crot genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Salarians. Salarians created Genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Yeah, yeah. What else can the Salarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. Hm, hmm. Sagt niemals nie. Äh, beeindruckender Titel. Mhm. I take it, you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that don't explode. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. Yeah. Wieso? Tötete er seinen Vorgänger? Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create. Not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. Yeah, aber wäre es nicht besser, wenn du weiter an der Heilungsmöglichkeit der Genophage forscht, anstatt an Dinge, die explodieren, um die Zahlen noch weiter zu dezimieren? Ich meine, ist das nicht wahrer Forschergeist? Achso. Ja, ja. Ja, besser ist es wahrscheinlich. Ja, kann ich mich kurz umsehen? Stöbern! Äh, stöbern? Aha! Stöbern! Biotischer Schaden! Uh! 60.000. Ja, kaufen wir mal. Das können wir auch mal kaufen. Wir kaufen einfach alles. Ein schwerer Pistulenschaden, das ist natürlich sehr gut. Wir müssen es aber wahrscheinlich noch... Müssen wir das eigentlich noch erforschen? Nee, das geht dann sofort, ne? Ich bin grad ein bisschen doof. Aber ich glaube, das geht dann sofort. Ist doch schön. Biotischer Schaden ist nie schlecht. Sturmgewehrschaden ist auch generell erstmal gut. Das ist aber schön für dich. So, jetzt will ich mir noch den Nadeln angucken und dann können wir gerne auf die Mission gehen. Oh, er will nur Vater sein seines Sohnes. Das ist so süß. Ich unterstütze ihn. Ja, zweifelhaftes Vergnügen. Okay. Das ist sehr nett. Ja, ich schätze mal. Ja, ich schätze mal, man kann auch bestimmt, wenn man gewisse Wellen perfekt gemacht hat, einen Erfolg oder so freischalten. Aber ich bin da nicht so hinterher. Das ist Peitschekfleisch. Frisches Roßfleisch ist bei Waren überall beliebt. Mh. Wieso seit ich das Credits erforschen? Es kostet mich nicht mal was. Ja, denn, why not? Freut sich der Koch wahrscheinlich. Munition für schwere Waffen. Mh. Stabilisierungshandschuhe. Erhöht Schäde um 5%. Todesmaske erhöht. Verhandlungsbonus um 10%. Verhandlungsbonus? Brauche ich nicht. Ich, ähm. Nö. Todesmaske, Verhandlungsbonus. Sprechverkehr mit nie. Ah, schön. Hätte ich gerne als Mikro. Dankeschön. Höht Gesundheit. Das ist, ähm. Ja. Erhöht Schäde. Das kostet eigentlich alles gar nicht so viel. Das kann ich einfach mal alles holen. Bis auf die Todesmaske. Why not? Why not? Jetzt wird das Geld auch langsam knapp. Nachdem ich auf Shoppingtour war auf Tujanka. Gehst du mir bitte aus dem Weg? Danke, Garris. Danke. Ja. Ich denke ich werde dich auf den Rinkhole später. Oh Mann, oh. Können die sowas wie Elternbesucher am Wochenende einführen oder so? Haben die überhaupt Gentests, damit er sagen kann, dass das wirklich ein Kind ist? Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja. Ist ja gut. Ja, ja. Nein. War, da war irgendwas mit wo, finde ich sowieso. Ich glaube, das hatten wir schon durch. Ich hoffe es. Weil sonst habe ich es jetzt verkackt. Ich hoffe es nicht. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Wir sind bald. Okay, wir durften nicht fahren. Ich hab's verstanden. Ah, gut. Ähm, Waffen... Hä? Wieso? Nee, hätte ich doch eh gleich noch ändern können vor Beginn des Levels. Brauch ich also nicht. Ich würde aber gerne speichern. Ich glaube, da erwartet uns nicht so einiges. Groganer sind nie einfach. Und ich glaube, unsere Hauptziele werden jetzt, ähm, die komischen kleinen Echsen sein. Und, äh, äh, hui. Ui, das sieht ja geil aus. Sorry, aber guck dir das mal an. Ah, ah, ja, ist ja gut. Hier, was ist das denn? Ja, man nimmt ja her. Was war, war, war? Kann ich die, kann... Fliegst du? Achso. Naja. Ach, ich glaub, der, der friert die ein. Der Mordin. Hallo? Die lassen bestimmt keine Munition fallen für mich, wa? Das sind ja nette Viecher. Die kenne ich noch gar nicht. Das macht, macht viel Freude auf mehr. Oh Gott, zieht das hier alles. Das erinnert mich ein bisschen an Fallout. Ja, es passt auch. Ja, dasselbe Setting im Prinzip. Ja, eigentlich fehlt in Fallout ein paar Groganer. Aber weißt du, was ich hier öfter mal benutzen kann? Das sind ja alle organischer Wesen. Kann ich schön abfackeln. Ich hätte gerne Verbrennungsmunition, aber ich glaub, das konnte ich nicht skinnen. Außer, ich lerne es halt extra durch einen anderen, äh, Gedöns. Oder doch? Ne, das war Kyro-Munition, die ich noch lernen konnte. Die ich nicht getan habe, weil Einfrieren nicht so mein Ding ist. Ach du Kacke. Nein, geh runter. Sag ich doch. Die komischen Viecher sind das. Und die Recken ja leben. Genau daneben. Hörst du bitte auf, den einzufrieren? Das bringt uns nichts. Wer küppt denn um und landet dahinter? Ja, dankeschön. Endlich mal einer, der es anerkennt. Äh. Was? Okay, nee, war nix. War nur ein... Wie geil das aussieht. Und wie die hier im Krieg befinden, das ist auch sehr schön. Ah, ah. Oh, sorry. Ich sollte mehr auf das Schlachtfeld achten. Ja, ist ja gut. Sehen sie nicht hübsch aus. Wow. Magma kurz. Ja, ich versuche so viele Hotshats. Hatshats zu verteilen, wie möglich. Hotshats. Ah, super. Äh. Kannst du nicht wieder brennen? Das sollte sie runterladen. Stimmt, die Kruganer und die anderen Viecher recken ja... Warcher heißen die, ich erinnere mich. Recken ja beide leben, wenn ich nicht konstant draufhalte. Ist natürlich nicht so pralle. Du konntest auch. Genau. Wieso? Wir sind gerade erst am Anfang. Oder weißt du... Oh Gott. Nicht, nicht näher kommen. Liebe Wauwows, böse Wauwows. Was war das denn? Wieso? Tust du mir das an? Dahinter ist noch einer? Magst du dich kurz zeigen? Nein, Dreck erst mal daneben. Würde ich auch so machen. Ich brauche meine Munitionskraft nicht einsetzen. Die bringt mir hier nichts. Ach, würdest du mich jetzt verarschen? Okay, dann kommen wir halt zu dir hin. Scheiß Watcher. Jesus, Mary und Joseph. Einmal mit Profis. Jesus, weißt du dich hierhin. Ich bin ja. Was war das denn? Halleluja. Bis zum nächsten Mal.